Moin Leute und was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Produkttester. Heute hat mich ein weiterer Gewinn erreicht und was das ist, möchte ich gerne mal schauen. Und zwar habe ich hier, das ist jedenfalls gut verpackt, ich habe hier jedenfalls mal ein paar, was auch immer das sein, das sieht mir nach Fischen aus, aus Holz. Also das ist Müll und ja, das sind hier einmal so kleine tolle Fischis, nicht schlecht. Und hier kommt, glaube ich, der eigentliche Gewinn, ja, viele Grüße steht hier schon mal drauf und das sind zwei wunderschöne Topflappen. Hier steht nochmal viele Grüße drauf und hier ist der zweite Topflappen und das ist sehr schön. Topflappen kann man immer gebrauchen und ich schaue gerade mal, ob ich lesen kann, wo ich das gewonnen habe, bei, äh, auf jeden Fall habe ich das auf Instagram gewonnen. Ne, hier steht leider keine Adresse, ich kaufe nur meine. Aber das freut mich sehr, dass ich die gewonnen habe, das kann man immer gut gebrauchen und wenn euch das Video gefallen hat, das ist ein Daumen nach oben da. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo lassen könntet. Wir sehen uns beim nächsten Video, tschüss.